Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Europäische Union und die Arabische Liga wollen künftig enger zusammenarbeiten, trotz starker Meinungsunterschiede beim Thema Menschenrechte. Zum Abschluss des ersten gemeinsamen Gipfels im ägyptischen Sharm el-Sheikh wurde eine neue Ära der Kooperation und Koordination vereinbart. Kanzlerin Merkel verwies darauf, dass die EU auf eine Partnerschaft mit den arabischen Ländern angewiesen sei, etwa bei der Migration. Abschluss eines Gipfels vor Traumkulisse am Roten Meer. Nicht weniger als eine neue Ära der Partnerschaft von Europäischer Union und Arabischer Liga sollte besiegelt werden. Doch bei der Abschlusspressekonferenz kommt es zum Eklat auf offener Bühne. Der Gastgeber reagiert scharf auf die Frage nach Menschenrechten. Sie erteilen uns keine Lektion in Sachen Menschenrechten. Auch wir haben Würde, Werte, Ethik. Sie haben ihre Werte und ihre Ethik. Das respektieren wir. Und sie sollten unsere respektieren. Bei der Mammutkonferenz allerdings standen andere Themen auf der offiziellen Tagesordnung. Handel, der Antiterrorkampf, regionale Konflikte wie in Syrien und im Jemen. Bei allen Differenzen eint die fast 50 Regierungschefs, Semire und Könige, zumindest der Wunsch nach mehr Stabilität in der krisengeschüttelten Region an der Südflanke Europas. Das Schicksal der Europäischen Union hängt von dem Schicksal dieser Länder, der Arabischen Liga, auch ganz unmittelbar mit ab. Wir haben das erlebt im Zusammenhang mit Migration, mit Flucht. Und deshalb heißt die Aufgabe, multilaterale Zusammenarbeit miteinander zu pflegen. Auch wenn es zum Teil natürlich sehr unterschiedliche Ansichten gibt. Schöne Bilder, wenig Konkretes. Gerade beim Megathema Migration treten schon innerhalb der EU die Gegensätze offen zu Tage. Bei etlichen Konflikten wiederum ist die Arabische Liga tief gespalten. Die strategische Partnerschaft bei der Blöcke droht da zur Luftnummer zu werden. Thema am Rande des Gipfels war der Brexit. Knapp fünf Wochen vor dem geplanten EU-Austritt Großbritanniens brachte Ratspräsident Tusk einen Aufschub ins Gespräch. Er sprach von einer vernünftigen Lösung angesichts der kurzen Zeit bis zum 29. März. Premierministerin May lehnt dagegen eine Verschiebung ab. Sie hatte in Ägypten unter anderem mit Tusk und Kanzlerin Merkel gesprochen. Für die Kanzlerin begann der Morgen in Sharm el-Sheikh mit einem anderen als dem eigentlichen Gipfel-Thema. Frühstück mit der britischen Regierung-Chefin May und ausloten, wie es weitergeht in Sachen Brexit. Donald Tusk, der EU-Ratspräsident, hat seine Schlüsse offenbar schon gezogen. Jetzt geht es darum, Chaos und Schaden zu verhindern. Für mich ist es absolut klar, dass es keine Mehrheit im britischen Unterhaus gibt, um einen Deal zu beschließen. Ich denke, dass es in dieser Situation rational wäre, die Verhandlungen zu verlängern. Den Brexit verschieben, womöglich gar um anderthalb Jahre, wie es in den letzten Tagen zu hören war, das klang wie ein Paukenschlag. Zumal die britische Premierministerin die Tage am Roten Meer intensiv genutzt hat, um bei ihren Kollegen gute Stimmung zu machen, für letzte Zugeständnisse der EU. Jede Verschiebung ist nur eine Verschiebung. Sie löst das Problem nicht. Ich denke, es ist möglich, die EU am 29. März mit einem Abkommen zu verlassen. Und daran werden wir arbeiten. Einen Deal in the Desert, eine Brexit-Entscheidung in der Wüste sollte es nicht geben, hatte die EU vor dem Gipfel angekündigt. Die deutlichen Töne von Tusk in Jamel Sheik aber könnten May sogar helfen. Denn sie führen ihren härtesten Brexit-Befürwortern zu Hause vor Augen. Entweder Deal oder womöglich erst mal länger No Brexit. In Großbritannien kam am Abend Bewegung in die Position der größten Oppositionspartei. Labour-Chef Corbyn stellte sich hinter die Forderung nach einem zweiten Brexit-Referendum. Mit dem Schritt solle ein so wörtlich schädlicher Tory-Brexit verhindert werden, teilte Corbyn mit. Zuvor will Labour aber versuchen, die Regierung von den eigenen Brexit-Plänen zu überzeugen. Nach der jüngsten Gewalt in Venezuela wächst der politische Druck auf Präsident Maduro. Bei einem Treffen der sogenannten Lima-Gruppe in Kolumbien kündigte US-Vizepräsident Pence weitere Maßnahmen an. Washington stehe an der Seite des selbsternannten Übergangspräsidenten Guaido, bis in dem Land wieder Freiheit einziehe. Guaido bat die Staaten der Region um mehr Unterstützung in dem Machtkampf. 100% Rückendeckung für Juan Guaido. Das ist die Botschaft, die US-Vizepräsident Pence nach Bogotá mitbringt. Die USA seien entschlossener denn je, den selbsternannten Übergangspräsidenten Venezuelas zu unterstützen und Pence kündigt dazu neue Sanktionen an. Das sind die nächsten Schritte. Dem Regime, dem Zugang zum Geld abzuschneiden, das sie dem venezolanischen Volk gestohlen haben und wir fordern alle friedliebenden Länder auf, das Gleiche zu tun. Die Welt habe am Wochenende die Gewalt sehen können, die Venezuela seit Jahren erleide. Es gehe jetzt nicht um Krieg oder Frieden, sondern um Demokratie oder Diktatur, so Guaido, der die internationale Gemeinschaft zum Handeln auffordert. Nachgiebigkeit mit den unrechtmäßigen Machthabern wäre eine Bedrohung für die Demokratie in ganz Amerika. Die sogenannte Lima-Gruppe ist ein Verbund latinamerikanischer Länder, die ein Ende der Maduro-Regierung fordern. Gesucht werde eine friedliche Lösung, Gespräche mit dem einzigen Zweck, Neuwahlen herbeizuführen, aber jetzt mit mehr Druck. Diese Gespräche hier müssen dafür dienen, dass die Sanktionen noch kräftiger, noch effizienter sind. Sie sollen den Neuanfang ermöglichen, den die Venezuelaner so dringend fordern. Die USA kündigen weitere Sanktionen gegen offizielle Vertreter der Maduro-Regierung an. Der Machtkampf in Venezuela endete nicht an diesem Wochenende, er geht in die nächste Runde. Der Druck auf die Maduro-Regierung wird weiter erhöht, immer mit der Drohung der USA, dass eine militärische Intervention nicht ausgeschlossen wird. Bundesjustizministerin Barley will die Zahlung der Maklerprovision beim Haus- oder Wohnungsverkauf neu regeln. Sie plant eine Gesetzesänderung, nach der künftig der Auftraggeber die Kosten tragen soll. In vielen Fällen ist das der Verkäufer. Für Vermietungen gilt das sog. Bestellerprinzip schon jetzt. Bei Immobilienkäufen kann die Maklerprovision zehntausende Euro ausmachen. Gegen Barleys Vorhaben gibt es Widerstand aus Union und Wirtschaft. Der Kauf einer Immobilie ist für viele ein Traum. Aber v.a. in den Großstädten können sich Klein- und Mittelverdiener Wohneigentum nicht leisten. Nicht nur der Kaufpreis an sich ist hoch, dazu kommen auch noch Nebenkosten. Die setzen sich zusammen aus. Maklerprovisionen, die üblicherweise bis zu 7% betragen, der Grunderwerbsteuer, abhängig vom Bundesland, zwischen 3,5 und 6,5% und den Notargebühren. Eine Beispielrechnung aus Hessen. Für eine 300.000-Euro-Immobilie muss der Käufer, marktüblich, 17.850 Euro Maklerprovisionen zahlen, 18.000 Euro Grunderwerbsteuer und 4.500 Euro Notargebühren, insgesamt 40.350 Euro. Das Bundesjustizministerium hat jetzt einen Gesetzentwurf vorgelegt, der die Immobilienkäufer in der Regel von den Maklerkosten befreien soll. Künftig solle das Prinzip gelten, wer bestellt, bezahlt. V.a. in Ballungszentren mit hoher Immobiliennachfrage seien die Maklerprovisionen überhöht. Wenn jetzt der Verkäufer selbst diese Cottage bezahlen muss, obwohl der Makler gar nicht viel leisten muss, dann wird er schon darauf achten, dass das ein angemessener Preis ist und kein Mondpreis. Der Koalitionspartner CDU ist skeptisch. Ein solches Gesetz könne sogar das Gegenteil bewirken. Wenn am Ende des Tages die Kosten auf den Kaufpreis aufgeschlagen werden, dann wird es am Ende für den Käufer noch teurer, weil da fallen dann auch noch Notarkosten an, Grunderwerbsteuer. Die prozentual berechnet werden und dann mitsteigen. Die Freien Demokraten schlagen vor, die Steuern zu senken. Wenn man die Hauskäufer entlasten will, wenn man sagen will, wir wollen eine Eigentümernation, und die Menschen sollen sich auch Eigentum leisten können, dann muss man einen Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer einführen, weil damit entlastet man wirklich die Menschen. Alle Parteien wollen den Erwerb von Wohneigentum attraktiver gestalten. Aber wie man die Kaufkosten senken kann, darüber gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen. Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat Bundespräsident Steinmeier wegen eines Glückwunsch-Telegramms an den Iran kritisiert. Zentralratspräsident Schuster sagte der Bild-Zeitung wörtlich, die Routine-Diplomatie scheine das kritische Denken verdrängt zu haben. Es geht um eine Botschaft anlässlich des iranischen Nationalfeiertages. Darin, so Schuster, hätte Steinmeier wenigstens deutliche Worte der Kritik am Regime finden müssen. Im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst der Länder hat es in mehreren Bundesländern Warnstreiks und Demonstrationen gegeben. In Thüringen legten Lehrer sowie Mitarbeiter der Jena Uniklinik die Arbeit nieder. Auch in Nordrhein-Westfalen beteiligten sich Klinikmitarbeiter an dem Warnstreik. In Hamburg und Schleswig-Holstein protestierten Beschäftigte zahlreicher Behörden. In dem Tarifkonflikt fordern die Gewerkschaften 6% mehr Geld. Sie haben weitere Warnstreiks angekündigt, bis zum Start der 3. Verhandlungsrunde am Donnerstag. In Barcelona hat eine der wichtigsten Mobilfunkmessen begonnen. Auf dem Mobile World Congress präsentieren die Hersteller bis Donnerstag ihre Innovationen. Beherrschendes Thema in diesem Jahr, der neue schnelle Funkstandard 5G. Mehrere Unternehmen stellen erste 5G-Smartphones vor. Im Trend sind außerdem Geräte, die besonders wandlungsfähig sind. Aus Smartphone wird Tablet, der faltbare Bildschirm macht's möglich. Die vielbestaunte Neuerung dieses Jahr in Barcelona, Huawei stellt sie groß vor. Andere haben das zwar auch schon, Samsung zum Beispiel, oder hier das Modell einer kleineren chinesischen Firma. Aber Huawei besteht darauf, sie haben die Nase vorn. Wir sind die Ersten, die einen Chip für den neuen Mobilfunkstandard 5G in so einem Gerät haben. Damit wird es das schnellste Smartphone der Welt. Alle warten auf 5G. Was soll damit nicht alles bald möglich sein? Das komplett selbstfahrende Auto, ohne Zeitversatz steuerbar. Das kommunizierende Auto, ein zarter Fingerstrich und Lenkrad und Gaspedal sind einsatzbereit. Filme werden sich in Sekundenschnelle aufs Smartphone herunterladen lassen. Das Problem, der Ausbau von 5G kommt nicht so recht voran. In Deutschland ist die Herausforderung sicher erst mal, dass die Frequenzen vergeben müssen. Das ist ein Prozess, der sich jetzt verzögern könnte, weil die drei großen Netzbetreiber klagen und Eilandträger eingereicht haben. Technisch ist die Infrastruktur jetzt so weit, dass wir sie eigentlich ausrollen können. Also, Innovationen wie der 5G-gesteuerte Musikroboter werden wohl noch auf sich warten lassen. Einstweilen kann der Kunde nur staunen und muss sich gedulden. Aber so eine Messe ist schließlich auch ein bisschen zum Träumen da. In Los Angeles sind in der Nacht die Oscars verliehen worden. In der Kategorie Bester Film wurde das Drama Green Book eine besondere Freundschaft ausgezeichnet, das die Geschichte eines schwarzen Pianisten und seines weißen Chauffeurs in den USA der 60er-Jahre erzählt. Vier Oscars, u.a. in der Kategorie Bester Hauptdarsteller, gab es für Bohemian Rhapsody. Die deutschen Nominierten gingen leer aus. And the Oscar goes to ... Der große Favorit. Roma! Regisseur Alfonso Cuaron holt mit einem sehr persönlichen Schwarz-Weiß-Film drei Oscars. Er erzählt die Geschichte von Cleo, einer indigenen Frau, die als Kinder- und Hausmädchen in Mexiko-Stadt arbeitet. Die Streaming-Plattform Netflix hat den Film produziert. Das hat auch viel Kritik ausgelöst. Doch Cuaron ist wichtig, dass gerade solche Filme gemacht werden. Unsere Aufgabe als Künstler ist es, hinzusehen, wo es andere nicht tun. Diese Verantwortung wird sehr viel wichtiger in Zeiten, in denen wir ermutigt werden, wegzuschauen. Den Oscar für den besten Film bekommt Green Book. Die versöhnliche Geschichte einer Freundschaft zwischen einem schwarzen Pianisten und seinem weißen Beschützer. Schwarze Künstler waren von der Wahl nicht begeistert. Zu unkritisch der Vorwurf. Ein großer Beifall dagegen für den Oscar für Kult-Regisseur Spike Lee. Es gibt in diesem Jahr deutlich mehr schwarze Preisträger als früher. Und auch Frauen haben sich mehr Oscars geholt, wenn auch nicht in den Königsdisziplin. Eine Überraschung war die Wahl von Olivia Colman zur besten Hauptdarstellerin für ihre Rolle als Queen Anne in die Favoritin. Das ist zum Schreien. Ich habe einen Oscar. Den hat nun auch Lady Gaga für den besten Song. Am Ende eine Verleihung, die die Vielfalt feiert. Und ein paar große Gefühle. Auf tagesschau.de finden Sie eine Bilderstrecke mit den Gewinnern der wichtigsten Kategorien. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 26. Februar. Ein Hoch über Mitteleuropa bestimmt bis Mitte dieser Woche das Wetter in Deutschland. Es wird wärmer. In der Nacht ist der Himmel oft klar. Im Osten ziehen Schleierwolken durch. Ganz im Nordosten auch kompaktere Wolken. In der Mitte und im Süden kann es neblig sein. Morgen im Osten Schleierwolken. Im äußersten Osten sind die Wolken dichter. Sonst viel Sonnenschein. In der Nacht kühlt die Luft auf plus 6 bis minus 5 Grad ab. Morgen werden an der Ostsee 8 Grad erreicht. Am Rhein bis 20. Am Mittwoch viel Sonne. In der Osthälfte lockere Wolkenfelder. Am Donnerstag im Norden und Westen zum Teil wolkig. Im Westen Schauer, sonst sonnig. Am Freitag mehr Wolken als Sonne. Es kann nass werden. Um 22.15 Uhr hat Ingo Zamperoni diese Tagesthemen. Drohungen und Sanktionen wie die USA den Machtwechsel im Venezuela anstreben und Inszenierung per APP. Das Phänomen TikTok erobert Deutschland. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.